Untertitelung des ZDF, 2020 Schlafenszeit, ab in die Federn! Wir haben, was wir wollten. Hey, ihr, was macht ihr da? Papa, jemand wollte Onkel Klaus den Stein stehlen. Okay, Klaus, woher hast du diesen Stein? Es begann auf meiner letzten Expedition. Diesmal sind wir zum Ende der Welt aufgebrochen. Eines Abends schlugen wir unser Lager auf einem Berggipfel auf. Ich wollte Holz für ein Feuer sammeln. Da entdeckte ich eine geheimnisvolle Höhle. In der Höhle fand ich eine Schatulle mit drei magischen Steinen, die wir untereinander aufteilten. Ich spüre es, da drin steckt ein Geheimnis. Es muss eine Verbindung zu den anderen Steinen geben. Wir müssen sie finden und das Geheimnis entschlüsseln. Wir müssen ihnen folgen. Du wirst mir fehlen. Abwart, große Abenteuer erwarten uns! Onkel Klaus, ich hab meine Zahnbürste vergessen! Macht nichts, halb so wild! Auf Reisen findest du alles, was du brauchst am Wegesrand. Begleitet Lotte auf einer fantasievollen und spannenden Reise. Besucht mit ihr die Pinguin-Insel. Das sagenumwobene Regenlabyrinth. Ich gebe euch eine Karte, dann wird euch nichts passieren. Fliegen wir! Du und ich! Aber ich kann nicht fliegen! Du bist jetzt im Land der Träume! Im Traumland kannst du alles tun, was du willst! Wuhu! Wird sie es schaffen, das Geheimnis der Mondsteine zu lüften? Lotte und das Geheimnis der Mondsteine Demnächst im Kino Lotte und das Geheimnis der Mondsteine